Hallo, hier ist euer Robbockshack für eine weitere Folge GTA Singleplayer-Mission Jawohl, Session für uns Mega alle, ich will Mission machen, nicht was ich Gib dich zum F-Labor mit den Japanern Ok, wir sind unten weg Fickel Ja, ja Ja, ja Ja, ja Herr Scheng ist sehr spezifisch Er will eine gute und verwendung von Meta-Ampitamin Wir werden von euch hier und verbrechen durch die Netzwerke verbrechen Oh, Trevor, wir haben nicht lange Woh, 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 woh Manor Schaaf Es sind unsere Gastronomie, okay? Wir haben Herr Scheng und seine Ehre Hey, Laufschung Schön, dich zu treffen Trevor, wir haben nicht lange, bis sie hierher kommen Alles in es ist Es ist wirklich, warum bist du? Das ist extremlich unprofessionell Das ist extremlich unprofessionell Das ist nicht fertig, bis sie sind alle gone Wir müssen etwas machen, sie sind durch die Tür Wir müssen sie hier Das sind die ganzen Stadien hier Wow, I'm starting to think they really want to kill me You're just scumbag I think it's got a big family If not more I'll show you Get back inside and clean up the lab I gotta let our potential business partners out of the ice chest Oh Alright, time to recommence the tour, gentlemen I think we have seen quite enough I'll swing by and sign the contracts, alright? Just ignore the bodies Hey Trevor, are we still going to cook that batch? Fuck yeah! Okay Achja, die Mission ist jetzt eigentlich relativ schnell durch gewesen Das ist der geile Subster Ja, dann würde ich sagen Nach dieser kurzen Mission Man sieht sich In der nächsten Folge wieder von GTA 5 Und dann würde ich sagen Von Mission zu Mission Koyote, definitiv Koyote Ja gut, bis dann Bye 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 Vielen Dank.